Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Duck wird helfen. Ich kann hochgehen sogar. Oh. Habt ihr noch mit Lilly gesprochen? Ja. Sie denkt, die Supplieren sind weggegangen. Wirklich? Es gibt auch ein paar geschlossene Geräte. Ich schaue es in. Danke für das zu tun. Was ich wollte sagen, war ich viel zu denken. Über dich. Was ist das? Du bist ein Verletziger. Carly, Jesus. Und ich denke, dass Leute wissen müssen. Nicht weil sie verdienen, und nicht weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Menschen müssen wissen, weil wir hier stehen. Und ich kann nicht sehen, Lilly zu sprechen über dich, ohne zu denken, dass es die nächste Sache, die sie sagen wird. Du musst nicht sagen, dass alle anderen sagen. Aber denken, wer du glaubst. Und nehmen die Möglichkeit, während du es hast. Du bist wahrscheinlich richtig. Natürlich, ich bin wahrscheinlich richtig. Die Leute sind verletzt. Und sie sagen, dass es ihnen ein Problem gibt. Aber es wird ein langes Lachen von dem, was passieren wird, wenn sie es nicht von dir hören. Ja. Also, du machst es dann? Ich lasse die Leute wissen. Du bist völlig richtig. Gut. Ich denke, es ist für das Beste. Ich denke ich auch. Kenny muss es auf jeden Fall wissen. Ich muss es Kenny unbedingt sagen. Du wirst später bedanken. Jetzt, ist es noch etwas, was du darüber reden willst? Du denkst wirklich, dass die Leute bereit sind, um mich zu hören? Es ist nicht ein Problem, ob bereit oder nicht. Es wird niemals eine gute Zeit sein, aber es wird viele schlechte Dinge sein. Es ist jetzt nicht so, wie es einer von ihnen ist. Aber alle anderen ist anders. Wer weiß, wie jede Person es geht, du weißt? Vielleicht ist es wert, zu denken, von denen du sagst. Du fühlst dich hier sicher? Ich zeige mir einen bath, mit einem Heated Floor, und einem High-Rise Apartment, und mir ein voll-Bodied Malbec, und dann fühle ich mich sicher. Ich weiß, das Ort ist gut, aber wir alle wissen, dass das nicht möglich ist. Es ist broken. Ich weiß, es ist broken. Und die Batterie vielleicht sind zurück. Es benutzt nur eine. Alles sollte. Was war die Frage? Du hast die Flaschlight broken? Nein. Okay. Du, äh, hast du Gedanken über Lilly? Ich worry über sie. Das ist es. Okay. Ein bisschen weirder ist sie ja, ne? Ja. Ja. Du magst es hier? Ich mag es hier nicht. Ich mag es hier nicht. Du möchtest gehen? Du möchtest? Wo sind wir gehen? Wo sind wir? Somewhere anders. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich weiß, woher? Ja. Das wäre eine gute Sache zu wissen. Du hast nicht verletzt, eine Flaschlight verletzt, hast du? Nein. Du hast gesagt, dass ich das? Nein. Du hast eine Flaschlight verletzt? Ich glaube nicht. Er ist einfach immer blämmt mich für Dinge. Wie? 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 Ja. Hahaha. Nice. Clem, ich muss mit dir sprechen. Okie dokie. Der Tag, dass du und ich kennst, ich war im Auto. Ich erinnere mich, ich war in einem Auto. Ihr leg war blämmt. Der Auto, ich war in ein Polis. Und ich war im Auto. Ich war im Auto. Und ich war auf den Jäuern, um zu verletzieren. Ich muss euch jetzt erzählen, denn ich will nicht, dass du es in einem anderen Weg hören willst. Ok. Hast du nichts zu sagen? Ich glaube nicht. Du kannst, äh, zurück zu deinen Dingen. Wie ist das Bild? Gut. Clementine begreift, was sie hier getan haben. Ei, 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 ei. Aber Clem musste es eben sowieso sagen. Wusste Clem das nicht bereits? In der Meinung, sie wusste es bereits. Hey, ihr zwei. Wie geht's dir? Wir sind okay. Nur ein kleines Spat. Wir tragen jetzt alle Schäden. Und ich mag es nicht. Es ist so, wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht dran. Entschuldigung. Wie geht's dir, Lee? Ich weiß, was es nicht erinnert. Es ist ein Problem, Wir haben keine von ihnen. Ja, es ist ein Problem. Die Schäden und die Schäden sind allzuverläuten. Ich habe ein Schäden von der Schäden. Ich habe es getan, vor dem Dachst. Ich habe es geboten. weil die Schäden sind. Die Schäden. Ich habe es vergessen. Die Schäden. Ich sag es nur Kenny. Oh no, what did the she-devil do to you? Shut up, man. I killed someone. Different than Larry or the St. John's. Different from everything. This was before the Walkers. I know. I didn't say anything when I met you because I was with the girl and, you know, I was worried. I just smashed a guy's head in with a 50-pound block of salt. You saw me do that, right? Yeah, I did. And you're talking about who we were? What the fuck does that matter? It's everything this mess has got us doing now, Lee. Shit. Look, is Duck safe around you? Of course. Then shut it. You don't know anybody any kind of explanation. Geile Art, das aufzunehmen. Alles klar. So, haben wir hier noch was. Did, 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 did. Dann sind die Typen da oben, ne? Hey. Hey, Ben. What's up, Lee? Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh. I didn't mean to say it's crappy or anything. Alles klar. Super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is. A flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom. Broke it, got worried, and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay, then. What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Ich sag es allen. Hey, Ben, I need to tell you something. Shirley? Is it about my watch? I'm trying to do a good job. You're doing fine. I'm a... I'm a convicted murderer. Whoa, seriously? Why would I joke about that? I don't know. Um, wow. You're a part of this group, and you should know. I've never met a murderer before. Well, I hadn't, I mean. I know what you meant. Thanks for trusting me, man. I... Uh, I... Ben, relax. Okay. Hi, guys. You need to try harder with Lily. You guys gotta straighten this out. I don't know how straight we can get it, given all that's happened. So what then? Time will come. We'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. Can I talk to you about something? Sure. Is everything okay? Kenny, weißt es doch schon. I was, uh... on my way to prison three months ago. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that if you, uh... knew I was a convicted fellow. My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife, uh... That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. I held Mommy back, and... Kenny made sure Larry didn't get up. What did he do? He smashed his head in. Oh. Gotcha. Everything keeps changing. Okay. Ich glaube, Katja, das gesagt zu haben, war keine so nice Idee. Sounds like Kenny actually has that thing running. I believe it when I see it. Hm. There's some broken glass on the ground there. Hm. There's something drawn there. Hm. Chalk. Pink. Hm. Dark. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay. Back to investigating. Hahaha. Oh, ich glaube, wir müssen mit Clementine raiden. Hahaha. Hahaha. Heeeeey Vincent. Was geht? Alles fehlt bei dir. Wo ist denn Dark? Warum kann ich denn nicht mit Dark reden? Du bist aber weg. Einfach weg. Jetzt mal voll hier. Wo ist der? Hm. Egal. Egal. Treppe hoch. Achso. Clementine. Do, uh, you have any pink chalk? No. It's gone somewhere. Hm. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst. Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck. I got it. Good job. Komm, high five. Cool. Duck findet dich super klasse. Hahaha. Have you found anything else? Just the chalk. I also found some bugs underneath the stairs. Don't tell Clementine. Okay, I won't. Hahaha. You didn't break the flashlight, did you, Duck? No. Mom and Dad won't let me touch any of their stuff. Lily neither. That's probably for the best. You seem to know a bit about all of this. The chalk. You found the scuff here. This is gonna sound crazy, but... You're not involved, are you? No, I'm a good guy. Stay inside the gate. I will, I will. Okay. Stay inside the gate. I will, I will. Hey. Find anything? Do you ever want to leave here? I want to leave here when we have to. Not because of some fantasy of somewhere better. So, you think the coast is a pipe dream? Don't you? We're going to live on the water because we assume they can't swim? We're alive because we've stayed here. That's as far as the discussion needs to go. I need to tell you something. What is it? You think that's news? I guess I hope it was. Worse. Did you think that story died with my dad? Anything else? No. Do you have any, uh, chalk I can borrow? What, Clementine holding out on you? So, you don't have any? No. Why would I? I, uh, talked to Kenny about who I am. And? He was cool. He just worries about his family. That wasn't so hard, was it, tough guy? I talked to Katja. How'd she take it? She was fine, I guess. I think she's more upset about Kenny. Because of the St. Johns? What exactly did he do back there? Oh, don't you start now. I talked to Clementine about things. How'd she handle it? I don't know. She's tough to read. She adores you. Don't worry. I, uh, told Ben. You told Ben? Funny you picked him. Low risk. I take it he didn't know what to do with the information. Not even a little. He's just happy I told him something. I told Lily. You were right. She and Larry spoke. Obviously. It went about as well as you would expect. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Alles klar. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, wir gucken uns die Kreide, noch mehr Spuren. Noch mehr Kreide. Somebody was over here too. See, I did good, huh? Yeah, Duck. You did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Okay. Hmm. Bandits gave us hell, but they've been quiet for days now. Oh, Gitter. There's a great down there. Ach, sieh mal einer an. Son of a bitch. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall. And there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay. we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. Übertreibert. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us. Who the fuck is that? We've got our people out there. Y'all men, come out here. We ain't fucking around. What do we do? Oh, shit. They're gonna start kicking in doors any second. Lily, what the hell are you- Stall them. What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Fuck. Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet in den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.